Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal RideOnWithFriends. Mein Name ist Jürgen und es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Meine Videos über Apple CarPlay und die Nutzung von Smartphone-Apps zur Navigation haben bei euch sehr viel Interesse geweckt und es wurden mir auch sehr viele Fragen zum Thema Routenplanung und Navigation gemailt, die ich leider noch gar nicht alle beantworten konnte. Aus diesem Grunde habe ich mich entschieden, eine kleine Serie zum Thema Routenplanung und Navigation zusammenzustellen. Wenn ihr aber mit eurer Planungssoftware, wie zum Beispiel Basecamp, Kurviger, Kalimoto, um nur einige zu nennen, und eurem Navigationsgerät oder Navigations-Apps für Reisen mit dem Motorrad, Wohnmobil, Fahrrad zufrieden seid, dann könnt ihr an dieser Stelle getrost das Video stoppen. Falls ihr jedoch Interesse an Alternativen habt, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr dranbleibt, denn ich möchte euch heute meine Lösungen von MyRouteApp vorstellen, die mich freundlicherweise mit ihren Produkten bei der Planung und Durchführung meiner anstehenden Reisen mit Motorrad im On- und Offroad-Bereich sowie Campingurlaube mit dem Wohnmobil unterstützen. Vielen Dank nochmals an das gesamte Team von MyRouteApp für den tollen Support und die noch ausstehenden Innovationen, die ich für euch testen darf. In den nächsten Folgen werde ich euch meinen kompletten Planungsworkflow, also von der Datenmigration aus der bisherigen Anwendung bis hin zur detaillierten Routenplanung und Navigation vorstellen. Vielleicht ist das ein oder andere Feature für euch dabei, das ihr vermisst habt oder es ist ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu eurer heutigen Lösung. Eine ideale Planungs- und Navigationslösung hängt natürlich ab von euren Anforderungen. Long story short, viel Spaß bei der ersten Folge über meine Ausgangssituation und die ersten Infos von MyRouteApp, RootPlanner. Also bis dann! Hier ein kurzer Überblick über diese und die nächsten geplanten Folgen auf meinem YouTube-Kanal. Wenn du nichts verpassen möchtest, dann lass einfach ein kostenloses Abo da oder schreibe mir in den Kommentaren, was dich besonders interessiert. Heute möchte ich dir kurz erläutern, warum ich mich nach zwei Jahren Tests der verschiedenen Planungs- und Navigationslösungen für die Lösung von MyRouteApp entschieden habe. Im zweiten Teil schauen wir uns dann an, wie ich die vielen bereits geplanten Routen, meine bereits gefahrenen Tracks und die recherchierten Point of Interest der letzten 15 Jahre aus Basecamp und Kalimoto in den RootPlanner migriere und dort zentral für mich und die Gruppenmitglieder verwalten. Im dritten Teil erkläre ich euch dann meinen Planungsworkflow, beginnend von der Recherche über eine detaillierte Routenplanung bis zum Datenexport an meine mobile Endgeräte, dem iPhone, dem Garmin Sumo und dem BMW Navigator. Ja und im letzten Teil gehe ich dann explizit auf die Navigations-App Navigation Next von MyRouteApp ein. Ich hoffe, dass für jeden Mobilisten, egal auf zwei oder vier Räder, etwas dabei ist. Denn spannende Abenteuer auf dem Motorrad oder mit dem Wohnmobil zu erleben, erfordert nicht nur Ausdauer, sondern auch eine gute Planung. Ein kurzer Rückblick, wie alles vor fast 17 Jahren begann, wo ich mich zum ersten Mal mit Routenplanung und Navigation beschäftigt habe. Mit dem Kauf meines ersten Garmin Navigationsgerätes Zumo für das Motorrad, das ich aber auch schon immer im Pkw oder im Wohnmobil genutzt habe, fing alles an. Nur die Älteren unter uns werden sich noch daran erinnern. Am Anfang habe ich meine Reiseplanung noch auf dem Windows-PC mit Garmin Mapsource durchgeführt, was gar nicht so schlecht war. Mit dem Kauf der nächsten Navig-Generation bin ich dann allerdings auch auf den damals neuen Routenplaner von Garmin, dem Garmin Basecamp, gewechselt. Vor mehr als drei Jahren kamen schon in amerikanischen Foren die ersten Gerüchte auf, dass Garmin die Weiterentwicklung von Basecamp eingestellt hat und die Software nur noch im Sinne der Wartung supportet. Das heißt, dass keine neuen Funktionalitäten entwickelt werden und nur noch Bugfixes zur Verfügung gestellt werden. Letztes Jahr im März und im April gab es überraschend ein neues Pflegeupdate, damit die Software auch noch auf aktuellen Betriebssystemen von Apple und Microsoft weiter lauffähig ist. Wie lange die Softwareversion noch zufriedenstellend läuft, steht allerdings in den Sternen. Man sieht es auch daran, dass die neueste Generation an Navigationsgeräten andere Lösungen präferieren. Selbst Garmin hat mit dem Garmin Connect bzw. Explorer andere Lösungen am Start. Doch nun deckt Basecamp nicht mehr meine Anforderungen bezüglich Funktionalität und Kompatibilität mit verschiedenen Endgeräten ab. Basecamp ist am Ende des Produktlebenszykluses angekommen und nicht mehr State of the Art. BMW Motorrad mit dem neuen BMW Connected Ride Navigator und zahlreiche andere Apps bieten nun auf dem mobilen Endgerät die Möglichkeit, an Routen zu planen. Für mich ist diese Form der Planung allerdings nur für Ad-Hoc-Tagesausflüge oder auch kurzfristige Änderungen einer geplanten Route eine sehr gute Alternative. Ein guter Routenplaner und eine gute Navigationslösung muss noch weitere Anforderungen abdecken und deswegen habe ich mich in den letzten Jahren immer wieder mit folgenden Fragen beschäftigt. Was ist für mich das beste Tool für meine Form der Routenplanung, speziell für meine Reisen primär mit dem Wohnmobil und Motorrad, aber auch mit dem Auto mit Anhänger? Welches Navigationsgerät ist für mich am besten geeignet und welche Software sollte ich für die Navigation nutzen? Die Antwort, die ich mir gegeben habe, ist für mich plausibel. Es kommt auf verschiedene Faktoren an. Es ist ein großer Unterschied, ob ich mit einem dreieinhalb Tonnen schweren über sieben Meter langen Wohnmobil unterwegs bin oder zum Beispiel mit einer 30 PS Enduromaschine Offroad fahre. Dann ist entscheidend, ob ich eine mehrtägige Rundreise detailliert mit vielen Sehenswürdigkeiten plane oder ob ich nur schnell zu einem bestimmten Ziel kommen will. Und zum Schluss, ob ich für jeden Zweck immer die beste Lösung nutzen möchte und demzufolge viele Varianten habe oder ob ich eine Allround-Lösung, die möglichst viel abdeckt, einsetzen möchte. In den letzten Jahren habe ich mich intensiv mit alternativen Routenplanern und Navigationslösungen für alle Formen der Mobilität beschäftigt und getestet. Nun habe ich aber für mich die ideale Lösung gefunden. Die integrierte All-in-One-Lösung von MyRouteApp decken am besten meine Anforderungen von der Recherche über die Detailplanung bis zur Navigation ab. Die Firma MyRouteApp ist eine sehr innovative Firma aus den Niederlanden, die 2013 die damalige TomTom-Lösung Tire weiterentwickelt hat und seit mittlerweile mehr als zehn Jahren eine weltweit einzigartige Routenplaner-Plattform anbietet. Der MyRouteApp Route Planner ist zwar ursprünglich speziell für Motorradfahrer für kurvenreiche Strecken entwickelt worden, aber mittlerweile kann man auch tolle Wohnmobilrouten mit Berücksichtigung der Fahrzeugmaße und Gewichte, Routen für Elektroautos mit Einplanung der Ladesäulen und Fahrten mit Fahrrad- oder sogar Wanderungen planen. Dabei werden saisonal bedingte Streckensperrungen oder auch aktuelle Verkehrssituationen mit eingeplant. Als einziger Routenplaner der Welt kann man eine Route speziell für TomTom, Garmin oder auch BMW planen und die Ergebnisse der unterschiedlichen Algorithmen vergleichen und bei Bedarf korrigieren. So fährt jeder in der Gruppe die gleiche Route, auch wenn unterschiedliche Navigationsgeräte zum Einsatz kommen. Mit der einzigartigen Einbindung verschiedener Karten, zum Beispiel von Google, Google Maps, Google Earth, Google Street View, aber auch TomTom, Here, Open Street Map, Michelin, Open Topo Map, um nur einige zu nennen, ist eine Detailplanung sehr viel einfacher. Die Planungsdaten liegen geschützt in einer Cloud zusammen mit der persönlichen Routenbibliothek, auf dem PC, auf dem Tablet oder Smartphone, können die Routen online erstellt, bearbeitet oder für die Navigation abgerufen werden. Die Routen können auch in einer Gruppe innerhalb eines gemeinsamen Ereignisses oder mit Freunden geteilt und gemeinsam geplant werden. Tolle weltweite Referenzrouten findet man in der Routenbibliothek. Routenexperten von MyRoute App überprüfen sorgfältig die eingereichten Routenbeschreibungen und stellen sie dann den Anwendern zur Verfügung. Die Routen können ganz einfach in der Smartphone-App übernommen werden und direkt in die Navigationslösungen von Garmin, BMW oder TomTom exportiert werden. Darüber hinaus stellt MyRoute App auch eine sehr leistungsfähige Smartphone-App mit dem Namen Navigation Next zur Verfügung, die auch Apple CarPlay oder Android Auto fähig ist. Hier kann man das Kartenmaterial alle Länder herunterladen, um damit eine Offline-Navigation ohne Roaminggebühren zu ermöglichen. So, das war der erste Teil mit einem kleinen Überblick über MyRoute App Rootplanner, mehr als nur ein adäquater Nachfolger für das veraltete Garmin Basecamp und ein kurzer Überblick zur Navigations-App Navigation Next, aber hierzu demnächst mehr. Im folgenden Teil zeige ich euch zunächst, wie ich ganz einfach meine Routen, meine Tracks und meine Points of Interest der letzten 15 Jahre aus Basecamp und Kalimoto in den Rootplanner migriere und dort zentral für mich und die Gruppenmitglieder verwalte. Wenn dich das Thema Routenplanung und Navigation interessiert, dann zeige ich dir in weiteren Teilen meinen kompletten Workflow für deinen nächsten Urlaub. Ich freue mich nun über euer Feedback. Bis bald, euer Jürgen. Ja, das war es schon. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat und wenn ja, dann Daumen hoch und abonniere kostenlos den Kanal. Mich freut's und du verpasst keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Euer Jürgen. No. No con. No. So. So.